Ja, Justi, wir sind im Trainingslager. Es geht wieder los ins neue Jahr hier in La Manga in Spanien. Hast du eine gute, kurze Winterpause gehabt? Wie bist du ins neue Jahr gestartet? Ja, gut. Kurz war es. Wir hatten ein paar schöne Tage in Kopenhagen gehabt mit Familie und haben alle die Leute besucht, die wir besuchen müssen und haben einen schönen Urlaub gehabt. Das klingt sehr gut und du wirkst auch entspannt. Du hast schon einige Trainingslager mit RB Leipzig hinter dir. Merkst du schon nach den ersten Einheiten, worauf kommt es an? Worauf bereitet ihr euch jetzt ganz speziell vor in den nächsten Tagen? Ja, die ersten Tage, jetzt war es zwei Trainingseinheiten. Da geht es meistens um unsere Basics, die Sachen, die uns das Spiel ausmachen soll. Im Sommer hat man gesehen, dass wir viele neue Spieler dazubekommen haben und es gibt einige, die länger da sind. Da kennen alle die Abläufe, aber die neuen muss trotzdem noch ein bisschen aufgefressen bekommen. Für uns Älterer ist es auch nicht so schlecht, mal wieder an Antischarchen zu arbeiten, die immer sitzen sollen. Und ja, das waren ein paar gute Tage bis jetzt. Der Januar wird direkt intensiv mit Frankfurt, Stuttgart und Leverkusen warten direkt ein paar ordentliche Brocken auf uns. Spielen die Gegner in der Vorbereitung schon eine gewisse Rolle oder noch gar nicht im Kopf? Also noch nicht. Erstmal, wie gesagt, geht es ein bisschen um das Allgemeine und die Sachen, die wir wissen, dass wir in der Hinrunde besser hätten machen können und die dann, die Sachen dann wieder zu verbessern. Und ich glaube dann, wenn wir wieder zurück in Leipzig sind nächste Woche, dann geht es Richtung ersten Gegner. Gute Hinrunde, du hast es erwähnt. Auch du hast eine richtig klasse Hinrunde gespielt. Du hast jetzt auch zum Ende immer mehr wieder deinen Torriecher entdeckt. Ist es nach, ja, jetzt über zehn Jahren mit RB Leipzig, setzt man sich dann auch nochmal Ziele als Stürmer fürs neue Jahr? Oder wie gehst du in so ein neues Jahr 2024? Für mich geht es oft um das Gesamt, dass wir als Team erfolgreich sein sollen, so gut wie möglich. Und ja, das ist eigentlich immer mein Ziel. Und klar, ich gucke auch mal rückblickend auf meine Performances drauf und was ich besser machen kann, um genau das zu erreichen. Und für mich geht es nicht so viel um das Individuelle, sondern mehr als das Gemeinschaften. Wir haben jetzt sehr viel über harte Arbeit, Training und Arbeit für die Rückrunde gesprochen. Wird auch nochmal Zeit sein für ein bisschen Spaß, dass ihr Jungs ein bisschen Zeit gemeinsam habt. Habt ihr irgendwas vor im Hintergrund? Sieht man ja auch durchaus ein paar Golfplätze. Ja, hoffentlich haben wir ein bisschen Zeit. Ich glaube, heute ist zweimal Training. Da gibt es wahrscheinlich weniger. Auf jeden Fall nicht für den großen Golfturnier. Aber wir haben schon gute Bedingungen hier. Und da wird sicherlich auch Zeit für was Gemeinsames. Das hoffen wir auf jeden Fall. Wir wünschen euch viel Spaß, aber auch natürlich viel Erfolg bei der harten Arbeit und freuen uns auf die Rückrunde für das neue Jahr mit der Jussi. Dankeschön.